Hier trotzt seit zehn Jahren die Neumeyer-Station polaren Stürmen. Ein Koloss auf 16 hydraulischen Stelzen, die immer wieder mit Schnee unterfüttert werden müssen. So wächst die deutsche Station mit der Schneedecke und droht nicht, nach Stürmen im Schnee zu versinken. Für das Alfred-Wegener-Institut war es kein leichter Beginn. Damals, vor zehn Jahren, erzählt die Direktorin im Interview per Satellitenverbindung. Dann mussten hier Baugruben ausgehoben werden, es war Sturm, der Schnee ist immer wieder reingeweht, es ging immer wieder von vorne los. Also der Aufbau dieser schönen Station, die man hier im Hintergrund sieht, war eine richtig harte Arbeit. Am wohl wichtigsten derzeit, die Klimafolgenforschung. Je schneller das antarktische Eis schmilzt, desto eher erhöht sich der Meeresspiegel. Zuletzt sind ungewöhnlich lange Risse am Schelfeis entstanden. Gigantische Eismassen könnten mit einem Mal wegbrechen. Was genau passiert mit der Antarktis? Bleibt sie stabil, bleibt sie kühlen? Oder fängt sie an durch den Verlust des Meereises, durch den zunehmend warmen Ozean bis in die Tiefsee hernab? Ich habe gerade neue Daten gesehen. Erwärmt sich der antarktische Ozean? Und was bedeutet das für das Meereis? Das sind alles große Fragen. Fragen, die auch wichtig sind für den Fortbestand der Neumayer-Station selbst. Denn sie treibt, wie die Massen unter ihr Richtung Eiskante. Wann sie dort ankommt, hängt von der Erderwärmung ab. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017